hallo und herzlich willkommen zu let's play age of mythology mit mir euer André von Gamefreaks.de in der letzten Folge haben wir die haben wir Piraten gespielt und haben endlich das Weltwunder zerstört jetzt im Fall hier in Ägypten und kämpfen gegen Kansas und naja und ein bisschen ist die Folge ein bisschen zu lang gewesen und deswegen machen wir das wieder 15 Minuten da ich bin aus Versehen nicht aufgepasst Anwiches Grieg tsch tsch um in wäge u.e.r 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 ta yuk i r e f e r Okay, hier müssen wir so einen Tempel haben. Das nehmen wir da mal mit. Das ist eigentlich ganz gut. Was ist das hier? Das ist ein Tempel. What the fuck, Alter. Hab ich gar nicht gesehen. Haben wir es? Was hast du, hast du? Dann pass ich das doch mal da rein. Die Stelle zählt, damit alle Daufeboden aufgehen. Schneller ab. What the fuck, wieso macht das Kansas? Okay, hab ich gesagt. Ist auch okay. Brauch nicht dagegen. So. Jetzt können wir endlich hier schon viel machen. So, was beim Sehen? Miteurit oder Sohn des Osiris. Mumien sind erstens viel besser. Das ist viel geiler und deswegen gehen wir das. Die Wolken gehen jetzt wieder weg. Das ist auch wieder schön. Das gehört geht ja auch langsam alle. Deswegen können wir jetzt hier wieder so ein bisschen singen. Jetzt können wir das auch noch benutzen. Jetzt können wir das auch noch benutzen. Oh, meine Fresse. Gut, wir sind gleich fertig. Gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was soll ich jetzt machen? Nein, Hafen wollte ich machen. Da. Was ist das denn? What the fuck? Ah, scheiße. Lass einfach bauen und gucken was jetzt passiert. So. Wir können jetzt ein paar davon machen. Das ist ganz gut. Und die Mumien natürlich. Die sind doch ganz verschieden. Das war gerade ein Grafikfehler. Das sah nicht so schön aus, dieser Grafikfehler. Der war ganz hässlich. Das war ganz schön. Boy, Anja. Das war ganz schön. Dann sind wir da jemanden. Irgendwo. Ah, ok. In Wedge, in E2, UIR, EU Refer, Bayer, in Wedge. So, gucken, was da so ist, auf was da uns artet. Das sieht jetzt gerade nicht so brutal aus, hier gehen wir da hin. Gut, 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 gut. Wow, krass. Das ist gut. Das war's. In E2. In Wedge. Shit. In E2. In E2. U-I-R Jaisa Fressa Die kann auch noch da an Zuh I need to U-I-R 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 Heils U-I-R Tayo Bayer Oh Hier wollen wir ein bisschen mehr Holz, damit wir das ein bisschen aufleveln können. Ah, okay. Ja, hol dich doch mal. Das ist mal drauf. Das ist ein bisschen größer. Into you. He needs to act. Okay, weiter. Act, die you. Into you. Mann, das muss ich echt ausmachen, das mit Skype, ey. Was ist das mit Vieh, Alter? Was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Diese Türme werden den Hafen beschützen, während ihr eine Flotte aufbaut. Was ist das? Einwitsch, Hroh, Iatawi. Gerig. Gerig. B.A. Das ist das Scheiße. Ich bin gespannt, was hier im Viereck so ist. Das ist überhaupt kein Viereck. Das sah aber so aus. Einwitsch. Einwitsch. Unwitsch. Warum ist alles möglich? Gerig. B.A. So, jetzt haben wir hier, 3, 2 reichen, ich nehme wieder nur da hin, genau. Jerez, Ueyer, Eryfer, Intiu, Intiu, Gerrig, Gehrej 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 Nehrej Enweg Gut, 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 gut. Ja, wollen wir mal, wir haben jetzt eine Männer gemacht, ein paar Männer haben wir jetzt gemacht und, oh, da sind sie schon. Wir haben es geschafft und wir schaffen das. So, das war auf dieser Hype-Insel da angekommen. So, das war eine Katastrophe. Du weir. Inwedge. Inwedge. China. Irrefer. Entschuldigung 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 Das ist gut, das ist nicht schön. In which are you? At you, at you. Oh, she dead. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Okay, coming in. A hero has fallen. Oh, my God. Oh, my God. A hero has fallen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir das alles zerstören. Ich würde sagen, kommentiert, fassiert und liked. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder ein Gefällt mir. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi!